Und damit herzlich willkommen zurück zu der Division 2 hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir leveln weiter. Ja, wir sind im Dachboden, wie man unschwer erkennen kann. Und wir machen die nächste Nebenmission. Potomek-Belief-Camp. Gewehrschalter. Finden Sie heraus, was Sie planen und halten Sie sie auf. Okay. Äh, wo sollen wir? Agent fordert Verstärkung an. Wo sollen wir lang? Hier, ne? Ne, wir sind da lang. Gut, machen wir. Flupflupflup. Dann schauen wir mal, was uns dort erwartet. Hier ist nicht der Ausgang Explorer. Da ist der Ausgang, da ist der Ausgang. Was hat er sich denn da jetzt? Keine Ahnung. Das ist schon wieder düster. Oh je. Da hat sie eben an der Tür geklingelt bei mir. Ich habe ja mein Internet hier von Unity Media und an der Telekom. Ja, wir haben da was umgestellt und Glasfaser gedöhnt und rechnen sie damit, dass sie in den nächsten Tagen von mir jetzt Störungen haben. Äh, ist direkt der Tag im Eimer. Ich hoffe ja, dass ich verschont bleibe damit. Also auf Essen kann ich ja verzichten, aber Internet. Um Gottes Willen. Kann man das nicht von der Seite öffnen? Nein. So. Okay. Ähm. Da da. Waren wir hier schon? Hier waren wir schon, ne? Hier waren wir auf jeden Fall schon. Das ist sehr ruhig. Spät. Ja, sie ist spät. Ja, ist gut. Lass mich eben nachladen. Lass mich nachladen. Hey, danke. Cool. So. Ich glaube, wir sind am Ziel. Hier waren wir doch auch schon mal, oder? Egal. Achso. Achso. Nein. Wollte ich nicht. Aber wir sind aber, glaube ich, noch nicht mal am Ziel hier. Kann man das mitnehmen? Nein. Okay. Wir sind am Ziel. Outcasts wurden in einem Auffanglager in der Nähe beobachtet, wie sie Blutbeutel in Kisten leerten. Was für einen Scheiß sie auch vorhaben. Sie müssen sie aufhalten. Ja. Auf jeden Fall. Wird so eine Kacke gemacht. Hier führt nichts Gutes im Schilde. Achso. Achso. Achtung Agent. Outcasts durchstreichen das Gelände. Okay. Ja, erstmal den. Den. Oh, der kommt mal her. Meine Herren. Lass mich nahlassen. Lass mich nahe. Lass mich nahe. Ernsthaft. Ernsthaft. Lebt überhaupt noch mehr? Schon noch Blut. Termin. Lups. Ok, ich glaube, man ist nicht damit einverstanden. Nein, konzentrieren, ja. Was macht der da? Oh, da kommt noch mehr. Was? Oh, verdammt! Überheiler noch. Jawohl. Da. Wo sind die zweite Gäste hier? Bis zu Nummer 1. Da oben. Da. Da. Ja. Ok. Oh. Baby hat er drüber. Burn, Baby. Da oben. Nein. Ich bin schon zurück. Ich bin schon zurück. Okay, aber oben ist immer noch da. Okay. Lass mich nachladen. Aua, aua, aua. Aua, aua. Agent, kampfunfähig. Schaut ich glauben. Ja. Agent, verstorben. Alter Vater. Warnung, Seuche erkannt. Nach Isaacs Analyse ist in den Kisten kontaminiertes Blut. Könnte grünes Gift sein. Benutzen Sie Brandsätze, um es zu sterilisieren. Na bei. Ich glaube, die Bumme ist mittlerweile ein Schrott. Oh, zwei Magaziner, um einen Typen zu erledigen. Weiter geht's. Im Eilverfahren. Äh, da oben. So. So. Verbrennen wir sie! Fallen Sie mir in sicherer Position. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Agent außer Gefecht. Ganz einfach. Ja, 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 ja. Wo jetzt? Ich muss die Flamme einfach verputzen. Geht doch. Meine Herren, ey. Jetzt? Mal. Oh. Was? Wo ist denn du? Ach, da. Da ist er. Da war er. Suchen Sie doch alles ab nach weiteren Kisten. Alle Spuren dieser Seuche müssen vernichtet werden. Diese Kisten meinst du aber schon eher weniger, ne? Äh. Inventar voll. Okay. Okay. Weitere Kisten. Warnung. Solche erkannt. Warnung. Warnung, Warnung. Wo kann ich jetzt da? Warnung. Wow. Dann uh, den Fifi. Серger. Ganz so. Jetzt ist der da unten natürlich. Da kommt er. Gut, einer noch. Einer noch. Steckt da. Da steckt das. Passt das ab. Qua? Jetzt kommen die von oben oder durch? Ich sehe nichts. Hey, ein Sanitäter. Ein Sanitäter. Komm hoch. 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 Der macht uns jetzt fertig, weißt du? War er jetzt? Ja. Letzte Termal. Weiter geht's. Seuche eliminiert. Gute Arbeit, Agent. Und jetzt raus da. Ja. Gerne. Wo? Das ist das. Ganz schön. Für den Schmerz. Ja. So, einer noch. Was? Da kommt glaube ich noch ein Boss, oder? Wo wir gerade fuhren. Boss reden. Und auch noch Nahkämpfer. Ernsthaft. Okay. Wir kümmern uns erstmal um den anderen. Für viele, der macht uns wahrscheinlich nämlich mehr Stress als der Boss an sich. Ich lege euch alle um. Dann können wir es schön. Okay. Nicht laufen. Nein. Nein. Er läuft. Nur du läufst nicht, ne? Ne. Warum auch? Ach. Oh. Klasse. Das war keine grandiose Idee. Was ist denn da jetzt? Was? Ja. Hä? Ich gehe mal lieber hier rum. Bevor der mir hinter uns steht. Da kommt er in dem Schuss. Ja. Lauf doch los. Ich lauf auch los. Lauf mal zusammen los. Lauf. Das ist ja immer außer Atem. Hoch. Drüber. Drüber. Weiter. Nein. Dann haben wir irgendwo noch Benzinfässer rumstehen oder so Kanister. Was mit denen da rein. Kommt er. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir machen gar keinen Schaden an dem. Ich glaube, wir müssen eigentlich nur in die Mitte runter springen. Ich hoffe, wir machen einen Schaden. Ich hoffe, wir machen einen Schaden. Ich hoffe, wir machen einen Schaden. Kleine Rissi-Grohne. Das letzte, was wir brauchen, ist noch eine Epidemie. Isaac hat übrigens mehrere Lager-Container in der Nähe entdeckt. Sie scheinen solchen frei zu sein. Ich schicke ein Team, das sie untersuchen soll. Vielleicht enthalten sie etwas Nützliches. Okay. Das, 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 das. Ja. Wir haben zu viel Kram. Hier zu viel Kram. Level 29. Okay. Dann können wir auch die Truhe aufmachen. Ja. Beauty! Dann würde ich sagen, sind wir doch wieder am Ende einer Folge. Das haben wir ja, mehr schlecht als recht, jetzt hier erledigt. Aber es ist erledigt. Und was hat er jetzt gesagt? Hier oben ist noch was. Hat er nicht gesagt, da oben ist noch was? Oder hat er gesagt, wir dürfen raus? Ist hier nicht noch ein Lager oder sowas? Schauen wir mal an. Ich glaube, er hat gesagt, wir sollen ja raus, was denn hier unten ist. Okay. Ähm. Wir sind noch welche. Jutti. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt aber wirklich Schluss für heute. Ich danke dir für's Zuschauen. Wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Schönen Abend, je nachdem man nur die Folge siehst. Und sage Tschüss. Bis demnächst. Bye, bye. Und ciao, ciao. No. weg0